C.H. C.H. Rap Replay Was geht jetzt? Ja, ja, Marco Mikrofon, heute Radio X. Shoutout, danke vielmal, Fendernest mich eingeladen. Ja, ja, ein bisschen Real Talk. Nicht so viel Zeit zum Beifen. Oh, mit, erzähl mir, was du willst, du verstehst es nicht. Es zählt, woher du kunst, und nicht der Loser sitzt. Jeder, der uns kennt, weiss, dass die Hose sitzt. Also häng mit uns im Vibe, oder? Ja, vielleicht, wer weiss, gibt uns eines Tages grosse Hitze. Alles in Begleitung, also loset jetzt. Früher sind wir gleich gesehen, heute grosse Kids. Verstand den Scheiss nicht, wo du draussen Strasse fickt. Wir sind uns einig, es ist peinig. Gemeinig vertreten, wo du eigentlich noch teilweise ohne Weite kannst rappen. Verteile Klappen für jeden, wo noch nicht real ist. Es kommt Regen werten, weil es einfach zu viel ist. Folg mir schon lang, was ist mit der Welt passiert? Wir sind direkt für so viel Fehl für sich. Menschen schauen nur noch, wer ist hier der geilste Sieg. Menschen schauen weg, was für ein geiler Sieg. Ah, sag mir, wer du bist, dass du meinst, du gehst jemandem seine Freude nähern, etwas, das nicht glücklich macht. Ich hab's satt, dass so jemand meint, der könne ich meine Träume nähern. Doch das gibt mir heute nur noch Kraft, dem ich bin ein Wrack. Doch danke meinen Boys, jeden Tag, für das alles. Darum bin ich heute noch wach. Es vergeht keine Nacht, denk ich nicht drüber nach, was ich mach. Bin ich irgendwann vielleicht einmal zu schwach? Ah, wenn du das losest, gib mir doch einen Call. Frag mir, wie's mir geht. Manchmal braucht's noch das in der Not. Alles droht, eskalieren, ich lass los. Wir probieren ja noch bloß, was wir wissen, dass es klappt. Oh, ich hab genug zugeschaut und es tut mir nicht gut, weil es liegt nicht in meiner Macht. Und wenn die Zuversicht auf der Schlachtbank zerbrichtet, macht sich Angst auf den Weg und lacht ins Gesicht. Und ich bin back mit dem Rap-Shit, wie noch nie. Für mich wegen dem Backstab-A-Wack-Shit, wie ein Tier. Unter dem, ich bin korrekt, aber glaub mir, ich bin frustriert. Wie hab ich das verdient? Wie kommet ihr zu mir? Ich bin eins mit dem Beat, brauch nur zwei versiegt. Zerst pegle den Recorder, weil ich hacke Zeit. Ich bin schon drei Sekunden hinter drei, vier so Wack and Seas. Meinen, sie können wedden, aber zerbrechen gleich. Einfach lächerlich, dir versprechen die Massen weiss. Krass die Parts, doch nach fünf Sekunden unterbreche ich dich. Ah, Digge, sind in der Massenphase. Für Basel-Basel sind wir morgen schon wieder frech dabei. Frag mir noch, was ist das denn? Der hat nasse Nase, nasse Auge. Ich kann's nicht glauben, aber das ist krass die Bars. Gangen die im Kopf, doch das sie rauben. Ich bin um die Klasse besser und das, die besporten. Die zerführen dauben. Sag mir, was ist das für ein Zauber? Ja, mach mal ein Mikrofon. Ich muss noch schnell einen Shoutout sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Livestream seht. Aber ihr macht Shoutout an LocalBastards. Zieht euch rein auf Instagram. Die Homies haben ganz nice Merch gemacht. Mach es einmal Lärm für den Makro. Nice 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 nice. Move, 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 move. . Untertitelung des ZDF, 2020